Sie kam im Schneidersitz auf der Held Ohne Ausdauer und Schnellkraft Ich glaub, da sitzt sie immer noch Im Blitten der Gesellschaft Sie hieß dann die Bänke Und so sah sie auch aus Sie war in Mürnberg Ein blauer Maus Sie studierte gern in Österreich Und während in Berlin Hat die deutsche Sprache So etwas für die Idee Seh ich aus, gefall ich dir Bitte, bitte, sage mir Wo glaubst du mich? Das war die Frage, die sie fragte Und ich sagte Bitte, bitte, bitte Wenn ich dich ansehe, wenn ich dich ansehe, wenn ich dich ansehe, wenn ich dich ansehe, ich schau dich an und ich weiß wohl an Hörte hat dazu gegeben Und sie onaniert auf Andreas Bajar Das ist der Rockmann für das nicht immerste Schwager O, Dörte Die Heinz-Budolf-Konze hörte, von mir erklärte, der Heinz-Budolf-Konze hat im gesamten Deutschmarkt, im Raum, also in Österreich, Schweiz, in der schönsten und klügsten Oberlippenbärte. Die Dörte, die Dörte, dass du alles hast, so viel Rattern, wie so viel Bass, wie das alles passt, ja, wie das alles passt, da hättest du mal nicht so, als hättest du ein Parmesan erfunden. Und in ganzen Rattern, da waren dann so schneller, 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 seh ich aus, dann frage ich dir, bitte, bitte, sag mir, am liebsten nicht, das war die Frage, die sie fragte. Und ich sagte... Lachsthaus ist ein Fischbericht, der Koch der Benin hat, der verbraucherlich, ein wahres Schöner kommt von innen, kann man jederzeit mit bekehren. Lachsthaus ist ein Fischbericht, der Koch der Benin hat, Lachsthaus ist ein Fischbericht, der Koch der Benin hat, schlabern, wir sind ein Fischbericht, der Verbraucherlich, ein Fischbericht, der Genendische, erläutere, äh, 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 äh. Vielen Dank.